Liebe Berlinerinnen und Berliner, vor über einem Jahr startete erstmals, und zwar im Mai 2021, eine einmalige Form der Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene, nämlich die Konferenz zur Zukunft Europas. Alle Europäerinnen und Europäer waren aufgerufen, ihre Ideen und Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Zukunft der Europäischen Union zu übermitteln. Als Berliner Senator für Kultur und Europa war es mir von Anfang an wichtig, dass in Brüssel auch die Berliner Stimmen und vor allem die Berliner Ideen gehört werden. Und deswegen haben wir hier in den vergangenen Monaten zahlreiche Veranstaltungen stattfinden lassen, in den Bezirken und auch auf Landesebene, unter dem Motto Berliner Bürgerdialog zum sozialen Europa. In Berlin und ganz Europa sind starke Empfehlungen und Ideen für die Zukunft Europas entstanden. Ihr, die Berlinerinnen und Berliner, habt hierbei ganz klar formuliert, was eure Prioritäten sind, wie aus eurer Perspektive die Europäische Union sich in der Zukunft verändern und entwickeln muss. Ihr wünscht euch zum Beispiel, dass die Lebensmittelverschwendung in Europa bekämpft wird, dass berufliche Neuanfänge besser unterstützt werden, dass die mentale Gesundheit mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass Mobilität auch generationengerecht organisiert wird. Aber jetzt soll es konkret werden, was kann und was soll von Berlin aus angestoßen werden, um eure Ideen in Europa zu verwirklichen. Gemeinsam mit euch wollen wir die Berliner Empfehlungen jetzt zu konkreten Initiativen weiterentwickeln. Und dazu haben wir eine digitale Umfrage gestartet. Ab dem 15. September habt ihr neun Wochen Zeit, um Berliner Ideen zu diskutieren, zu kommentieren und mit neuen Impulsen zu versehen. Im Frühjahr 2023 geht es dann weiter, wenn wir mit euch in spannenden Projektlaboren die Umsetzung von notwendigen Initiativen vorbereiten wollen. Macht mit bei Europa. Jetzt wird's konkret. Ä pipelines werden. Toll bin 19. September 2023 geht es dann weiter, wenn ein Einsamalo mit Medienen geschehen ist. Vielen Dank.